Ist da jemand? Ist da jemand? Hello, it's me. Wer bist du eigentlich? Ich weiß nicht, wer ich bin, aber... Du bist phänomenal. Ich weiß, dass ich phänomenal bin, aber ich bin auch... Ich war geboren, um zu leben. Was machst du da? Die Sonnenbrille schützt meine Identität. Sie fragen mich, woher sie ist vom Fendi. Ey, hier drin ist so heiß. Ich halte es hier nicht mehr aus. Lass uns hier raus. Was machen wir jetzt? Lass uns leben wie ein Feuerwerk. Feuerwerk rum. Ah, mein Bein. Fuck, ich hätte nicht so fest schrücken dürfen, aber... Hey, sei nicht so hart zu dir selbst. Es ist okay, wenn du fällst. Ich kann nur nichts dafür. Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch auf Fleisch und du. Fuck, ich hab keinen Bock mehr auf draußen. Mann, ich will Netflix und schön. Ich schreib dich an und auf du bist dabei. Heute fahren wir unseren eigenen Film und er dreht sich nur um uns zwei. Mann, ich will Netflix und schön. Hey, ja, und wo wollen wir das machen? Du hausest da, wo deine Freunde sind. Okay. Sag, darf ich zu dir? Nein. Bye, 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 bye. Meine Liebe ist lebend. Und ja, wir beide werden uns nie wiedersehen. Wie kann schon sein, dass man sich im Leben zweimal begegne. Und was beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist.